Herzlich Willkommen, lieber Zwilling, zur Tausko-Pflegung mit Ella. Wir sind in der Woche 27.8. bis 2.9.2018. Ja, schon wieder ein Monat rum. Unglaublich, aber wahr. Diese Woche schauen wir auch wieder, welche Energien du mitbringst und welche Energien um dich herum schwirren, worauf du vielleicht achten solltest. Das ist ja eine allgemeine Legung, deswegen zieh dir das raus, was hilfreich für dich ist und lass das, was du für dich nicht ansprechend findest, einfach weg. Ja, es kann nicht immer für jeden passen, aber wie gesagt, wenn du was mitnehmen kannst und es dir hilft, dann hat es seine Mission erfüllt. So, wir gucken erstmal, was die Leute um dich herum so für Energien mitbringen. Und da haben wir die 2 der Schwerter. Das ist so ein bisschen sachliche Energie und Entscheidungsfindung und vielleicht auch so ein bisschen Getratsche oder schlechte Gespräche, irgendwas in der Richtung. Am besten hältst du dich da raus, obwohl Schwerter sind ja eigentlich deine Energie, Luftenergie, aber ich würde mich in dieser Woche aus Tratsch und Klatsch einfach heraushalten. Einfach so im Bauchgefühl. Wie du dich fühlst, wie du über dich denkst diese Woche, dein Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnungen und Ängste, das ist gut für dich, das ist nicht gut für dich und den möglichen Ausgang. Was mir noch zu den 2 der Schwertern einfällt, so rein intuitiv, kann auch sein, dass das, was getratscht und gelabert wird, einfach nicht wahr ist. Also vorsichtig mit irgendwelchen Gerede, ja. So, dann haben wir hier, wie fühlst du dich, wie siehst du dich, die Sonne, dir geht es richtig gut, du strahlst, wunderbar, schön. Was wünschst du dir dann in dieser Woche? Die 9 der Münzen, Unabhängigkeit, Freiheit, Stabilität, Sicherheit, kann ich gut verstehen, finde ich toll. Deine Hoffnungen und Ängste, 5 der Stäbe, das ist so ein bisschen Machtkampf, Wettkampf, ja. Das ist genau das, wie mit dem Getratsche und so, ne. So ein dummes Blabla und so, wo eigentlich nichts hinter steht, aber jeder versucht irgendwo zu manipulieren. Fürchterlich. Gut für dich in dieser Woche ist der König der Kelche. Also Romantik, Gefühl, schön. Das lenkt dich bestimmt ab und bringt dich auf andere Gedanken. Was haben wir denn an nicht guten Energien? Das ist der Page der Kelche. Das ist auch Romantik, aber ich sag mal, ja, so unerwachsen, so, ja, plump, ja. Vielleicht jemand, der für dich schwärmt, der oder die jünger ist, wesentlich jünger ist, als du, wo du denkst, hey, muss ich nicht haben, ja. Nerv dich nur. Wie geht denn die Woche aus? Oh, das Ast der Kelche. Auch überschäumende Liebesenergie. Holla die Waldfee. Schauen wir mal, was wir dazu noch an Informationen bekommen. Das sieht ja gut aus, denn wir haben von deiner Seite auch den König der Kelche. Und du fühlst dich wie die Sonne. Also, was soll da schon schief gehen? Bei der Sonne haben wir den Herrscher. Und damit hast du alles soweit im Griff. Du überblickst alles und weißt genau, was du machen musst, damit es dir gut geht. Und da fliegt eine Karte raus. Moment. Okay, die nehme ich dann für die nächste Karte. Okay, also du hast alles im Griff, alles im grünen Bereich. Du fühlst dich sicher, du weißt, wo es lang geht, du weißt, was du willst. Super, beste Energie mit der Sonne. Jetzt hast du hier die Unabhängigkeit, ja, und wir haben die Herrscherin. Das heißt, du hast hier eine Paarung. Könnte sein, dass du jemanden triffst in dieser Woche, der in dich tickt wie du. Und ihr seid euch auf Anhieb sympathisch und einig. Ja, und vielleicht seid ihr auch zwei unabhängige Personen, die auch ihre Freiheit lieben und die gar nicht so auf Partnerschaft aus sind und trotzdem funkt es. Das ist schon, ja, kann passieren. In deinen Hoffnungen und Ängsten hast du dieses Gerangel, diesen Wettbewerb. Aber da es dir so gut geht, mit der Mäßigkeit sorgst du für Balance. Das kann dich alles irgendwie gar nicht greifen. Du regst dich nicht auf, du bist cool, du bist gelassen, weil du dich einfach in deiner Haut und in dem, was passiert, wohlfühlst. Und die anderen Schnattergänse oder so, die können dir gar nicht irgendwie... Das interessiert dich nicht. Du hast Wichtigeres zu tun. So fühlt sich das halt an. Dann haben wir ja hier den König der Kelche und die Welt. Ein Neubeginn. Ich glaube, da hat es gekracht. Aber ganz gewaltig. Schön. Herrscher und Herrscherin. Sehr schön. Jetzt haben wir noch eine junge, dynamische Energie mit Romantik. Vielleicht jemand, der auch für dich schwärmt, der vielleicht dazwischen funkt. Und das ist jemand, mit dem du dich auf Augenhöhe triffst. Steht aber auf der Position nicht gut für dich. Könnte jemand sein, der dir nahe steht. Muss jetzt kein Liebhaber, keine Liebhaberin sein, sondern Freund, Freundin, Familie und so weiter, die dir im Moment so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Zeit stehlen, um dich um das zu kümmern, was du eigentlich machen möchtest. Nämlich diesen Neuanfang. Ja. Also könnten sich vielleicht auch deswegen ein bisschen vernachlässigt fühlen. Also kurze Erklärung dazu geben und sagen, pass mal auf, so und so. Ja. Und alles klar. Deswegen auch der König, der Schwerter. Du sagst ganz klar, Leute, ich bin verliebt. Wenn das so ist, wenn du jemanden getroffen hast. Ich muss gucken. Ich muss das Leben. Ich muss das genießen. Ja. Ist deine Energie Schwerter. Ja. Und ja. Genieß es auch. Ja. Lass dich ruhig mal fallen. Natürlich Kennenlernzeit. Erstmal beschnuppern. Erstmal gucken. Freundschaft schön langsam angehen lassen. Nicht zu schnell übers Ziel hinausschießen. Dann ist das vielleicht nur wieder so eine kurzlebige Sache. Also schön höch, langsam. Ja. Lasst euch Zeit. Denn die Zeit, die ihr euch kennenlernt, werdet ihr nie vergessen. Ja. Und deswegen solltet ihr die so lange wie möglich ausdehnen. Aber gut. Und wir haben die Karte Sorgen. Ja. Ich lerne, dass Sorgen die Dinge nicht zum Besseren wenden. Ja. Wenn ihr euch Sorgen macht, wie das Ganze ausgeht und so, dann könnt ihr den Moment nicht genießen. Das wäre dumm. Ja. Also gucken wir mal. Was haben wir denn da? Ich lese vor. Sorgen haben keinen sinnvollen Zweck. Allenfalls geben sie dir ein falsches Gefühl von Kontrolle. Also vergiss es, dass du irgendwas im Bereich Gefühle unter Kontrolle haben kannst. Wenn du dich zu sehr mit Sorgen plagst, schränkst du deine eigene Bewegungsfreiheit ein und schadest der natürlichen Energie deiner Seele. Lass es sich entwickeln, wie es sich entwickelt. Sorgen untergraben Hoffnung, Vertrauen, Begeisterung und so vieles Schönes mehr in diesem irdischen Klassenzimmer. Denke immer daran. Du bist, was du denkst und es ist dir gegeben, aufbauende Gedanken zu pflegen, die positive Wirkungen nach sich ziehen. Sorgen sind negative Gefühle und Gedanken, die zu nichts Wünschenswertem führen. Welche überflüssigen Sorgen schleppst du heute wieder mit dir herum? Betrachte sie einmal objektiv und mit den Augen der Liebe. Du unterstützt deine Seele, wenn du Sorgen einfach loslässt und ganz im gegenwärtigen Augenblick verweilst. Hier nämlich liegt deine Kraft verborgen. Also, ganz wichtig, genieße den Augenblick. Lebe im Hier und Jetzt. Genieße jede Sekunde dieses Augenblicks und mach dir keine Sorgen, sondern sei einfach hier und jetzt dabei. So, nochmal. Wir haben die Sonne, den Herrscher. Wir haben Unabhängigkeit und die Herrscherin. Ja, also neun der Münzen und die Herrscherin. Da kommen zwei aufeinander oder treffen sich auf Augenhöhe und sind irgendwie direkt verbunden. Ja? Dann haben wir außenrum Klatsch und Tratsch. Bäh, 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 bäh. Kann dich gar nicht jucken. Ja? Du hast was Besseres zu tun. Und dann haben wir hier Romantik und ein Neubeginn. Halleluja! Dann haben wir hier nicht gut. Jemand, der zwar liebevoll ist und es vielleicht auch gut meint, aber die irgendwie dazwischen funkt und sich vielleicht sogar vernachlässigt fühlt. Das ist kein anderer Liebhaber. Ich denke, das ist irgendwie Freundin, Freund, Familie. Lass dich davon nicht aus der Fassung bringen, denn du hast hier halt den überschwellenden Kelch der Liebe und den König der Schwerter. Und dann hast du eine klare Ansage und jemand, der dich liebt, ob jetzt Freund, Freundin oder Familie, der wird das verstehen. Ja? Und wird sich für dich freuen. Jeder andere ist auch nur so eine Schnattergans oder so. Jemand, der weiß ich, vielleicht dir das nicht gönnt oder so. Aber ich glaube, hier ist jemand, der dir das auch gönnt, der das vielleicht nur im ersten Moment nicht versteht und dem du das dann ganz klar sagen musst, wenn dem so ist. Ja? Also, lieber Zwilling, das scheint eine sehr, 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 sehr schöne Woche zu werden. Ja? Und ich hoffe, dass du die Dinge, die ich dir da gesagt habe, gut nutzen kannst. Ja? Und dass du da auch sehr viel im Moment lebst, dir keine Sorgen machst und dich nicht um das Getratsche und Gelaber von anderen kümmerst, sondern wirklich nur fühlst und lebst im Hier und Jetzt. Ja? Das würde mich enorm freuen. Natürlich gerne Kommentare dazu. Natürlich nicht im Detail so ansatzweise, dass ich weiß, okay, es hat gefunkt, du hast jemanden getroffen, würde ich mich tierisch freuen. Ja? Wenn dir das gefallen hat und dir weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und dann hoffe ich, dass das in der nächsten Woche genauso romantisch und liebevoll weitergeht wie in dieser Woche. Wie gesagt, das ist eine allgemeine Legung, kann ich immer für jede Stimme, kann auch vom Zeitpunkt her variieren. Ja? Also kann auch ein bisschen später oder ist schon passiert. Ja? Sowas kann natürlich passieren, je nachdem, wann du auch geboren bist. Aber grundsätzlich ist es eine positive, schöne, liebevolle Energie. Nutze die, spüre die, fühl dich wohl. Ja? Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder und machen genau das gleiche nochmal. Ja? Oder ähnlich auf jeden Fall, ja? Ich würde mich freuen. Schick dir ganz liebe Grüße und drück die Daumen. Bis bald. Tschüss! Doppeln 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 Doppeln